Da-da-da-da Landkart-Mittis gibt es keine Zivilisten. Ich stehe mich! Da-da-da-da-da Das ein drittes Reich nicht vorstellbar ist. Ja, ja, ja! Lehren niemals! Was ist denn Pearl? Er verschiebt die Visionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Zerfackt! Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit erneuten Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Berlin als Freundstadt. Welche Idylle? Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Ich sollte längst bei meiner Gruppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Der Führer? Dann ist die 9. Armee verloren! Tja, wie Sie selbst sagen. Ich liebe ein Mensch! Das stimmt nicht! Ich werde hier an der Stichwache schlafen. Es ist so weit vernehmend. In einem Rutschungsgang und Ratskatzgang. Wuffwuff! Es ist die Knappsmannweber! Ich glaube, es ist die Armkruppe. Wuffwuffwuff! Du Lena von Amerika! Marschioohooooo, Marschioo, aaaa.. ne, 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 ne! istas, ne aa, baskets山, auf день, ne! Im Krieg ist man unglücklicherweise nicht immer Herr in seiner Zeit. Diese Mischburke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Gilt das auch für das Regierungsverfahren? Mitverräter gibt es kein Mitleid. Es gibt noch Treu und Mutter. Redner von Greif und Freude Deutsch, ich freue mich. Schon werde mich Millionen verflucht. Man, aus diesen Trümmern neu empore nachwekst. Ja, der Jörg hat mit Melogen so lege, aber es ist ... Es ist ... Der Wat! Wenn er sich ohne Befehl entfernt, ist das Fahnenflucht! Verrat! WOOOOOOOOOBIE! AHHH! Unglaub, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Hören Sie den Beschuss nicht? Die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Wieder schlagkräftig machen! Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuneiden. Wenn der Krieg verloren geht, ist das vollkommen. Leere niemals! Das ist ein Perl! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren! Die Gruppe Stein, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann! Zerfackt! Heil mein Führer! Zerfackt! Zerfackt! Untertitelung des ZDF, 2020